Beide arbeiten sehr schnell und sind zu lang alt. Starten. Treffer für Triton mit dem Speer. 1 zu 0. Vielleicht beweist er doch die Theorie vom schwachen Geschlecht. Und Lucilla geht vorwärts. Triton ist offensichtlich getroffen. Was sagen die unparteiisch? 1 zu 1. Ausgleich. Da hat Lucilla nochmal drüber nachgedacht. Lucilla arbeitet zum Arm. Triton will den Oberschenkel von Lucilla. Triton trifft den Oberschenkel. 2 zu 1 für Triton. Lucilla! 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 Oh, eine mutige, extrem dämliche Geste. Er braucht den Speer nicht. Aber Gladiatoren sollten Mut beweisen. Beide arbeiten. Beide decken sich stark. Lucilla arbeitet unter dem Schild durch. Kommt sie an den Körper? Treffer für Lucilla! 2 zu 2. Ausgleich! Oh, oh, der kommt schon Kissenmaler! Kein Druck für euch beide, aber der nächste Treffer entscheidet diesen Kampf. Triton hat zumindest von oben angegriffen. Triton trifft! Triton! 3 zu 1! Der auszubildende Gladiator schlägt die sehr erfahrene Gladiatrix, die einen unglaublich harten Schlag hat. Wer das mal ausprobieren will, kommt einfach zu uns ins Lager, lässt sich eine... 3-4. 5-5. 5-5.